Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 27. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 589 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Apple Pay, Apple Card, Updates, Artikel 13, Firefox, Lockbox und Alexa. Ich beginne gleich mit etwas, was vielen Österreichern sicherlich gefallen hat, wenn sie es gestern Abend noch mitbekommen haben. Denn ja, es ist nun offiziell bestätigt worden, Apple Pay wird auch in Österreich starten. Zuallererst mit der Erste Bank und N26. Später sollen wie überall nach wahrscheinlich langen Verhandlungen weitere folgen können. Das klingt ja schon mal toll, zumindest eben, dass der Start geglückt ist oder besser gesagt, dass der Start nahe bevorsteht. Coming soon, bezahlen Sie wie nie zuvor mit Apple Pay, steht zumindest da. Hoffen wir, dass dieses Soon nicht bis Ende Jahr gedacht ist, wie in Deutschland, wo man ja damals bis und Mitte im Dezember warten durfte, bis der Dienst dann wirklich auch da war. Aber ja, wir werden es sehen und euch logischerweise auch auf dem Laufenden halten. Danke schön an der Stelle an Chris für den Tipp dazu. Apple Card, ich habe gestern darüber gesprochen in der Daily ganz kurz, dass Apple unter anderem eine eigene Kreditkarte vorgestellt hat mit Goldman Sachs in Kooperation. Und ich habe auch angedeutet, dass es in der Schweiz eine Lizenz gibt für die Bank, um eigentlich relativ simpel das Ganze auch hier einzuführen. Relativ. Das könnte sogar passieren. Man hat jetzt, oder ein Manager von Goldman Sachs hat jetzt über internationalen Pläne gesprochen und dabei ging es darum, dass man eben zuerst mal im Sommer in den Staaten starten will. Mal schauen will, wie das Ganze ansteigt. Man ist aber zuversichtlich, dass da viele Kunden ziemlich schnell kommen werden. Das sind wir, glaube ich, so ziemlich alle. Aber man schließt nicht aus, dass man später auch weiter expandieren möchte. Und ich hoffe, dass dieses später nur Tage oder Wochen sind und keine Monate, respektive dann Jahre, wie damals bei Apple Pay. Wir werden es sehen. Gestern Abend oder morgen oder ich bin nicht mehr ganz sicher, wann kamen sie noch zusätzlich, die ganzen Updates für unter anderem iOS in Version 12.2, tvOS in HomePod, aber auch macOS hat ein Update erhalten. Wer das noch nicht eingespielt hat und noch ein bisschen abwarten mag, kann sich schon mal durchlesen, was sich da alles geändert hat und was da neu dazugekommen ist und was neu verbessert wurde. Das Allerwichtigste in dem Zusammenhang ist, wie immer, meine Erwährung in der Stelle, macht vorher ein Backup, bevor er dieses Update einspielt. Passwortmanager, das ist ein Ding, was man eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr nicht nutzen sollte. Denn ja, viele Passwörter, lange Passwörter, die kann man sich einfach nicht merken, zumindest die meisten nicht. Und ein bisschen Bequemlichkeit mit einem Browser-Plugin und solchen Geschichten möchte der moderne Mensch von heute natürlich schon haben. Zusätzlich natürlich das Ganze nicht nur auf dem Desktop-Rechner und auf dem Tablet, sondern auch noch auf dem Smartphone. Schon etwas länger gab es den Firefox-Lockbox auf der iOS-Plattform, da mal als Test gestartet. Nun hat man das Ganze migriert, auch in Richtung Android. Auch da kann man das Ganze jetzt nutzen für Windows und macOS selber zum Beispiel, gibt es noch keine Anwendungen. Aber braucht es in dem Sinne auch nicht, da das Ganze ja direkt via Plugin im Browser integriert ist. Wer also da noch nicht abgedeckt ist, kann sich ja mal die Möglichkeit von Mozilla etwas genauer anschauen. Im November des letzten Jahres habe ich euch darüber berichtet, dass es ab sofort möglich ist, Alexa Rufmama über Skype an zu dirigieren oder weiterzugeben. Die Möglichkeit ist eben gegeben, via Skype auf der Alexa zu telefonieren. Und das Ganze ist ja international gestartet, sprich Amerika und Englisch logischerweise. Und jetzt schaut es ganz so aus, zumindest bei den ersten Rechnern, wie man bei Dr. Windows lesen kann, ist es jetzt auch in Deutschland, sprich für Deutsch eingeschlagen. Schön, wer das nutzen möchte, auch hier gibt es zur Begrüßung 200 Gratis-Minuten für Skype-Anrufe in über 34 Ländern. Zupacken, das lohnt sich ja alleine deshalb schon. Und zu guter Letzt möchte ich noch eine kleine Trauerminute anlegen. Und damit es nicht so still ist während der Minute, kürze ich die ein bisschen ab. Aber denkt sie euch, gestern haben die EU-Parlament-Menschen abgestummen und quasi dem Upload-Filter das Ja-Wort gegeben. Mein Gott, wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur. Und jetzt schweige ich. Bis morgen, euch einen schönen Tag, viel Erfolg, bis bald. Euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geektop.